Die McDonald's-Aktien sind in die Höhe geschnellt, sobald der Start von Nintendos Pokémon Go Up in Japan in Zusammenhang mit der Fast-Food-Kette angekündigt wurde. Das erste Geschäft zwischen dem beliebten Spiel und McDonald's wurde am Mittwoch in Zusammenhang mit der Einführung der Pokémon Go Up in Japan bekannt gegeben. McDonald's Japan ist bereits am Dienstagnachmittag um 23 Prozent gesprungen. Nintendo gab einige der schnellen Kursgewinne auf und fiel um 15 Prozent. Es sei jedoch bemerkt, dass Nintendos Aktien seit dem 6. Juli um 87 Prozent gestiegen sind und haben 17 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. McDonald's ist bereit, seine Fast-Food-Restaurants als gesponserte Orten mit Pokestops oder Gyms auszustatten, an denen die Spieler für eine Schlacht oder zur Unterhaltung mit anderen Pokémons treffen können. GameStop hat bereits vom Brick-and-Motor-Ansatz im Digitalspiel erheblich profitiert. Der Geschäftsführer Paul Raines sagte, wir haben unsere Shops befragt, 462 davon sind die Pokémon-Tops oder Poke-Gyms nur am vergangenen Wochenende. Also haben wir einige Familienveranstaltungen durchgeführt und unser Umsatz in den Läden ist um 100 Prozent gestiegen. Solcher Deal kann zu einem starken Anstieg der Anzahl von McDonald's-Besuchern führen und als Präzedenzfall für ähnliche gesponserte Standorte weltweit dienen. Bisher haben McDonald's, Japan und Niantic, das Unternehmen hinter Pokémon Go, keinen Kommentar gegeben. Pokémon Go wurde erst vor zwei Wochen eingeführt und ist jetzt in der ganzen Welt, darunter in den USA, Kanada und vielen europäischen Ländern, verfügbar. Die verzögerte Veröffentlichung des Spieles in Japan, Pokémons Geburtsort, hat viele neue Fans aufgeregt, obwohl das kein langes Warten war. Das war die Presseschau. Bleiben Sie mit Tokasco.TV. Auf Wiedersehen.